In diesem Video geht es um Gwen Stefani. Ich erkläre dir die wichtigsten Fakten von der Kindheit bis zu den größten Erfolgen sowie die bekanntesten Songs. Gwen Stefani wurde am 3. Oktober 1969 in Fullerton, Kalifornien geboren. Sie wuchs in einer musikalischen Familie auf und entwickelte schon früh eine Leidenschaft für Musik. Als Kind hörte sie gerne Bands wie Fleetwood Mac und Bob Dylan. Mit 17 Jahren gründete sie mit ihrem Bruder Eric die Band No Doubt. Die Band No Doubt brachte 1995 ihr Album Tragic Kingdom heraus, das zum großen Erfolg wurde. Hits wie Don't Speak und Just a Girl machten Gwen Stefani bekannt. Das Album verkaufte sich mehr als 16 Millionen Mal weltweit und brachte der Band mehrere Auszeichnungen ein. Nach dem Erfolg mit No Doubt entschied sich Gwen Stefani, eine Solo-Karriere zu starten. Ihr erstes Solo-Album Love Angel Music Baby erschien 2004 und wurde ebenfalls ein großer Erfolg. Mit Liedern wie Hollerback Girl und Rich Girl dominierte sie die Charts. Gwen Stefani ist bekannt für ihren einzigartigen Stil, der von Punk, Pop und Mode beeinflusst ist. Sie hat eine eigene Modelinie namens L.A.M.B., die 2004 ins Leben gerufen wurde. Ihre Mode und Musik sind stark von der Kultur der 1980er und 1990er Jahre beeinflusst. Neben ihrer Musik- und Modekarriere hat Gwen Stefani auch in anderen Bereichen gearbeitet. Sie hat Parfüms unter ihrem eigenen Label veröffentlicht und war als Coach in der US-Fernsehshow The Voice tätig. Sie nutzt ihre Bekanntheit auch, um verschiedene wohltätige Projekte zu unterstützen. Gwen Stefani war von 2002 bis 2016 mit dem britischen Musiker Gavin Rossdale verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Seit 2020 ist sie mit dem Country-Sänger Blake Shelton verheiratet. Ihre Familie spielt eine wichtige Rolle in ihrem Leben und beeinflusst oft ihre kreative Arbeit. Gwen Stefani hat im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Dazu gehören drei Grammy Awards, vier MTV Video Music Awards und viele andere. Sie wird oft als eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Frauen in der Musikindustrie angesehen. Neben ihrer Musikkarriere hat Gwen Stefani auch in einigen Filmen und Fernsehshows mitgewirkt. Sie spielte eine kleine Rolle im Film The Aviator aus dem Jahr 2004. In den letzten Jahren war sie vor allem als Coach in der US-Fernsehshow The Voice bekannt. Gwen Stefani hat die Musikindustrie in vielerlei Hinsicht beeinflusst. Ihr einzigartiger Stil und ihre vielseitigen Talente haben sie zu einer Ikone gemacht. Sie hat vielen jungen Künstlern und Künstlerinnen den Weg geebnet und gilt als eine der einflussreichsten Musikerinnen ihrer Generation. der Kim갊�� Jungs 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 Sie 20 Jungs Jungs Emmanuel